Oh, hier sind noch mehr Gegner! Ich so klasse, das sieht gut! Oh, hier sind noch mehr Gegner! Da guckst du wie du guckst, du Pferd! Plutsch! Jetzt! Fällt dir das da? No, no! Jetzt muss ich da unten noch einen finishen! Dann kommt das Monster gleich! Okay, das tat mir weh. Hä? Hat das jetzt die Energie abgezogen? Äh, nö. Mach's doch mal! Doch, ein bisschen! Ich hab ein Seelen-Relikt bekommen! Ich weiß nicht, für was man diese Scheiße einsetzt! Müssen wir mal gucken später! Ich hab jetzt schon einen Haufen Seelen-Seelen-Delikte! Guck jetzt trotzdem noch mal da oben! Seelen-Delikte! Ah, die Dinger muss man eh! Damit das Tor unten aufgeht! Muss man irgendwie aktivieren! Achso! Ah, achso, guck! Ah! Mal mal das mal kaputt schlagen! Oh, ist ja cool! Ist ja ne richtige Engine hier dahinter! Ist ja ne richtige Engine hier dahinter, Mensch! Ist ja ne richtige Engine hier dahinter, Mensch! So, was darf man dort nicht verachten? Ich renne in ein Orangenis! Ich renne in ein Orangenis! Kommst du mal! Mann, das ist ja schlimm mit dir! Selbst im normalen Lauf mehr hast du rum! Ah ja! Und wieder mal der Ladebalken! 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 Du laberst zu viel! Warum? Du laberst zu wenig! Haha! Aber jetzt, wieso geht denn das mit der Maus egal nicht? Kannst du das Problem nicht, ne? Ne! Wieso aber? Ich hab doch deinen Kopf wieder nicht! Oh! Verdorbene Schneetatze! Ist schon wieder so'n Scheißhund! Ein weißer Hund! Ein weißer Hund! Ein weißer Hund! Siehste, du hast vor uns die Mutti verärgert! Hier ist sie! Jetzt hab ich da auch noch aufs Pfötchen gekotzt! Scheiße! Hahaha! Bam, bam, bam! Tja, aus der weißen Katze wurde ganz schnell ne Rote! Haha! So, Mutti! Komm mal her! Jetzt kotze ich dir nicht nur aufs Pfötchen, sondern scheiße auch noch an deine blöden Schuhe! Aaaah! Aua! Okay, ist das weh! Der Kunde! Macht hier voll Jet Li-artig hier alles kaputt! Kaputt schlagen! Das muss ja geil aussehen! Was denn jetzt? Hat die zwei Leben? Ja, sieht so aus! Ich hoffe, genau, du den mal ein bissel! Der hat sogar Pfeile im Bogen! Das bemerke ich erst jetzt! Scheiße! Na komm, den schaffst du schon! Los, mach! Ach, das ist langweilig, dir zuzukommen! Hahaha! Da hat immer so viele Pfeile im Kopf stecken! Hahaha! Das sieht geil aus! Da fällt so ein Pfeil in der Nase! Also bei mir hing er im Auge! Der Pfeil! Wahrscheinlich hab ich die geschnittene Version! Hahaha! Was Putzscheibenbohrring... Ach, ein Ohrring! Stoff! Und noch so ein Bunzenscheibenohrring! Und Leder! Und noch alles kaputt schlagen! Ey, das ist voll unfair! Ich hab nur zerbrochene Pfeile wieder gekriegt! Ja, siehste! Weil... Weil du da Opa formst! Der hat... Eine Sache! Du hättest dich viel mehr gefreut, hättest du es dann aus dem komischen Vieh rausgehüllt anstatt von Opa gekriegt! Gefecht abgeschlossen! Achso! Kaputt schlagen! Boah! Rang A! Ich bin ein... Mh... Ah, Mann! Weiter kaputt schlagen! Hast du auch? Welchen Rang hast denn du gekriegt? Auch A! Pff! Ich hab dir jetzt wenigstens F gedacht, weil du immer im Hintergrund rumstabst! Ich hab einen Bogenschützen! Hallo! Ja! Und sowas nimmt sich auch bloß irgend so ein Weichei! So, komm her! Wie hast du mich grad genannt? Hehehe! Julia, kleiner Buchel, Buchel! Hehehe! Warte mal! Hast du hier ne Vase vergessen? Das rennt doch ja mit seinem Stock rum! Na komm, hau mich doch. Ich hau mich doch. Ja, siehst du? Scheißdreck. Guckst du, wie du guckst. Guck mal, ich mach so. Ich hab ein Brett kaputt gemacht. Bin ich nicht cool? Du hast ein Brett und kannst mich nicht mehr kaputt machen. Äh. Äh. Aber. Äh. Du blödes Auge, mir zieht's doch eh keinen Händen, Kirt. Okay, äh. So, haben wir alles. Nee, ne? Egal, komm, wir haben alles. Wir haben auch alles. Wieder irgendwas eingesammelt. Wir haben auch alles. Guck mal hier. Noch ne Wase. Och, du Scheiße, da steht das. Ich hab da übelst weit weggeflogen. Nein. Und das? Ah, hier ist noch ne Wase. Morgen. Kaputt schlagen. Schöp, jetzt. So, jetzt haben wir alles. Da sammelt immer wieder was ein. Was sammelst denn du noch ein hier? Da hinten ist noch so'n blauer Diamant. Ruinen-Erk-Erk-Kristall. Schön, dass du so tolle Sachen bekommst. Die sowieso keine Sauweil sind. Also, ich würd jetzt schon gerne mal wissen, was man bringt, das Teil. Oh, ich hab mir das Teil schon mal auf den Köpfe. Komm, wir haben doch gerade Zeit, ja. Komm. Na toll, ich will dir mal irgendwelche Sachen toll von den Dingern runter, wisst du, und du sagst, dann haben wir keine Zeit. Haha. Also, wir haben, glaube ich, alles erlernt. Was macht denn deiner, wenn du springst und dann rechte Maustaste drückst? Ah. Toll, machen wir jetzt Schwanzvergleich. Ja, gut, egal. Alles klar. Tschüss. Ah, nee, hier liegt überall noch Gold rum. Was ist hier los? Wenn du auf Alt drückst, dann wird dir das alles angezeigt. Was ja auch noch alles kaputt war, ist. Das ist noch so viel. Das kannst du vergessen, das interessiert mich nicht. Das Grüne ist dann zum Einsammeln, na eben. Scheiße, Alter, wir haben ja gar nicht viel fliegen lassen. Aber schön, dass das uns jetzt erst auffällt. Muss ich schon mal sagen. Was hat denn dann dieses... Ach so, rot ist das, was du aufheben kannst. Aha, aha, aha. Guck mal, selbst hier oben haben wir was liegen lassen. Und kaputt schlagen alles. Oh, jetzt komme ich wieder nicht drüber. Na ja, eigentlich wusste ich das schon. Ich habe es nur vergessen. Na, schön. Du bist echt... Das ist Team-Spieler, weißt du? Einfach mal alles vergessen. So, ich hau jetzt trotzdem ab. Tschüss. Ich mach mit. In 10 Sekunden. Oh, was ist das? Jetzt 10 Sekunden Unterhaltung plus 5 Sekunden Unterhaltung. Jetzt muss ich irgendwie 5 Sekunden was reden. Das fällt mir ziemlich schwer. Ich weiß es nicht, was ich... Ladebäken. So. So, und jetzt müssen wir zum... Links zurück, ne? Zum Merak. Hm. Welche Quests war denn das jetzt? Von hier, vom Söldner? Ja. Denk ich mal. Oh, was interessiert denn den? Der ist doch der Hauptmann. In Ruhe auf einmal. Hallo? Ja. Ja, ja. Okay. Nee, 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 nee! Mhm. Ao. Vielen Dank. Vielen Dank. Wow, das ist übelst erschrocken. What is this? Ich bin gerade übelst im Lesen.